Oh Gott, falsches Spiel. Nein, ich bin in Avatar, Rockies of Andorra und ich habe hier eine Ahnenfähigkeit gefunden, mich herausziehen und die ist ziemlich hier in der Nähe vom Weber Kreis und eigentlich im Seidenwald. Das ist im Prinzip mein erster Schritt in diese Richtung und ich muss eine Mission erledigen und das ist das Ding über den Weg und es ist über den Weg gelaufen und es ist nicht schwer zu finden, deswegen mache ich jetzt einfach nochmal ein kurzes Video hierzu. Gucken, was ich jetzt den richtigen Einstiegspunkt finde. Wer ist denn die Pflanze? Ach, sag nicht da oben. Also es ist doch nicht so leicht, ich dachte. Naja, macht nichts. Wir kommen hier hin. Doppelsprung haben wir ja schon. So, jetzt wird es interessant. So, jetzt wird es interessant. Ja. Was hätte man abkürzen können? Na gut, ok. Die swarm wir ja gar nicht. Ah, da ist sie. Connected. Okay. Okay, du kannst nur eine rausziehen verwenden. Drücke. Au, um einen Nahkampf zu finden. Um es diese Notzustand befindet. Also wenn er zum Beispiel betäubt ist oder mit dem SID gehackt wurde. So kannst du eine RDA Piloten gewaltsam aus einem MP8 zerren. Okay. Mal schauen, ob ich das irgendwie mal hinkriege. Müssen wir mal ausspielen. Mal ausspielen. Dann haben wir diese Pflanze bekommen und ich kriege wieder zwei Skillpunkte. Also es lohnt sich die ganzen Sachen hier einzusammeln. Einzusammeln. So und dann wünsche ich euch erstmal weiterhin viel Spaß. Ich muss mal gucken, wie ich das Ganze zusammenschneide. Ob ich da eins oder mehrere draus mache. Das werden wir dann noch sehen. Und so erstmal weiterhin. Viel Spaß. Achso. Noch mal kurz die Karte abschneiden.